Und hier kommt Ponglau, 22, der belegt am Ende, Platz 2. Der kommt zum letzten Rennen, Senior Classic Race, 6 Runden, Solo-Maschinen von 253 bis 1000 cm zugelassen. Und hier der Start, die 1 trägt Norman Brown, die 2 ist Steve Duncan, das Klassikrennen ist vergleichbar mit der Formel 1. So, in many of the database, of course, we can support the private here, Chris Guy, on the Druggier-Marsch, will come, Boris, is having quite a week. It's number one in the program, Norman Brown, to mention for the future. I think it's beautiful, sir. Very shortly, it will be with us. Thank you very much, indeed. Attention, Mastic, and indeed looking now at the timekeeper, Norman Brown, number one. And alongside it, number two, Steve Duncan. The flag raised any moment in the way. The speedy, Mastic, is underway. Norm Brown is a bit better now. Thank Joey Dunlop. Barry Woodland, the good start of Dunlop. The 4, Barry Woodland. The 6, Steve Parrish. die 5 Egerold nicht am Start, die 8 Graham McGregor die 9 David Stock und die 10 Mick Grant wieder 11 Roger Marshall die 12 Charlie Williams der letztes Jahr hier die Klassiker gewann die 13 Chris Guy die 14 Bernard Murray die 5 Jeff Johnson die 16 Sammy McClellan wieder 17 Klaus Klein die 18 Rob McElney die 19 Dennis Highland der letztes Jahr die Klassiker gewann die 20 Steve Bühler und hier Mike Waterbridge von Lauer eine 14 Joy Dunlop in Führung hier bei Hillbury Hill in Front Joy Dunlop der hier eine 500 RS 100 fährt von 100 Briten das ist die 3 das ist die 3 zylindrige Production Racer 2 Takt natürlich mit der Nummer 18 Rob McElney der hier eine 1000er Suzuki fährt die 9 die 9 ist Dave Hitchcock auch er auf einer 1000er Suzuki Dahinter Charlie Williams auf einer Yoshimura Harris und hier Roger Marshall die 11 der Teamgefährder von Joy Dunlop auch er auf einer 3 Zylinder 2 Takt Honda vom britischen Importeur die 4 ist Barry Woodland auf einer 500 Kubikzentimeter 2 Takt Suzuki John Eckerhold der letztes Jahr bei der Classic den Tronplatz belegte war mit einer 500er Kaki war gemeldet aber war nicht vom Stand erschienen ich vermute Probleme mit der Maschine und hier mit der 17 Klaus Klein vom Dieter Braun Team Klaus Klein hat ja letztes Jahr an der 4. Platz erreicht und hier mit der Nummer 7 Tonirata auf einer 350er Yamaha aber zurück zu Klaus Klein der liegt noch sehr gut im Rennen die 27 Steve Hancho an der 2 Taktos 500er Suzuki die 22 Alan Jackson die 24 Bill Miller bei der 500er Suzuki mit der 32 Kevin Bretton bei der Kawasaki mit der 16 Sammy McClemmons und hier mit der 21 von Law die 28 Stephen Cole mit der 42 George Linder bei der 500er Yamaha die 42 gut weggekommen gut weggekommen die 51 bei Kampen Michael Hand die Streckensicherung ist sehr korrekt hier mit der Nummer 8 ein McGregor die 14 die 14 Bernard Murray er kommt er kommt zur dritten Runde er kommt zur dritten Runde der 4 Takt Suzuki auch mit der Nummer 10 noch gut im Rennen Roger Marshal auf seiner Runde mit der 9 der 25 abgekommt »Hin « die »Empart« »Mindella« »Hin « »Hin «« »Hin Bernhard Moray IV, Barry Woodland, Klaus Klein, mit der 83, James Ilton Jr. aus den USA, auch nicht mehr der schnellste, die 19, Dennis Highland, der letztes Jahr hier gewann, vor John Eckerold übrigens, die beiden lieferten sich harte Duelle, und hier an der Box, Klaus Klein zum Tanken, die Streckensicherung, guckt sich die Maschine an, was ist da los, und da wird er gar angehalten. Klaus Klein, sehr erregt. Klaus Klein, sehr erregt. Er wird disqualifiziert. Offenbar hat sich die Radabdeckung gelockert, ja, hier deutlich zu sehen. Schade, Klaus Klein lag zu diesem Zeitpunkt an siebter Stelle. Schade, Klaus Klein, sehr erregt. Schade, Klaus Klein, sehr erregt. Schade, Klaus Klein, sehr erregt. Hier wird er fast überfahren. Schade, Klaus Klein, sehr erregt. Die 44 auf den Weg zur Strecke. Marc Sale, mit der 59, Hans-Odo und Nut, eben ganz kurz zu sehen. Und hier, Joey Dunlop, der auf Bandtanken war. Der kommt zur letzten Runde. Hier, Joey Dunlop, mit einer kleinen Einlage für unsere Kamera. Joey Dunlop kommt aus Irland. Ein sehr sympathischer Burscher. Aber hier kommt der führende Mann, Bob McHelney. Ihr werdet dieses Rennen gewinnen. Und er hat nur noch wenige Meter zum Ziel. Mick Renn, mit der Nummer 10, wird vier da. Und hier kommt Kornau, die 21, der belegt am Ende, Platz 2. Die 12, Charlie Williams, der letztjährige Gewinner, wird fünfter. Ballad Morae, mit der vierze, wird sechster. Bleibt nur noch der dritte Platz. Den belegt er, Joey Dunlop. Mit der 28, Steven Korn. Auch nicht mehr im Renn-Tempo. Die 27, Steve Hancho. Und hier James Elton Jr., dem der Motor festging. Oh, fast jeder. Dave Kirby, die Kurve nicht gekränkt. Und so, der Puttenhut. Yes, sir, on the road. Joey Dunlop. Oh, shit, that's a damn station. Feuer, warte, startin' der Leitlin. Oh, 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 oh. Und hier die ersten drei. Links von Laura, in der Mitte Rob McElney und rechts Joey Dunlop. Damit geht eine großartige Rennwoche zu Ende. Die guten Sportpräfter. Das Wetter war in der Trainingswoche davor allerdings schlecht. Es regnete fast jeden Tag. Aber in der Rennwoche blieb es meistens trocken. Die guten Sportpräfter. Die guten Sportpräfter. Die guten Sportpräfter. Anschließend erfolgte die Classic Parade mit den karlisch restaurierten alten Rheinmaschinen. Und mit diesen Bildern möchte ich mich von Ihnen verabschieden, bis zum nächsten Jahr, alles Gute, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020